Okay, wo geht's langer? Aufnahme ist mir fragt, deswegen muss ich das jetzt so tun, als würde ich das zum ersten Mal spielen, das Levelnitz. Aber ist nicht weit. Keine Sorge. Autorisierung Olivia Pierce, Alpha 402 Sie hat mich ausgesperrt, Dr. Hayden. Sämtliche Energie zum Archer Tower umgeleitet. Sie will das Portal zwischen ihrer Welt und unserer öffnen. Du hättest sie sowieso niemals retten können. Hat dir schon mal einer gesagt, was du für ein Mystik bist? Noch mal so nebenbei. Was denn abgeschlossen? Das System lässt sich jetzt nur noch von Olivia überbrücken. Wir müssen den Arjen Tower an der Oberfläche manuell abschalten. Kein Problem. Ich sollte jetzt mal mehr auf die Herausforderung achten, aber... Okay. Ja, und wie ihr seht... Ich bin schon ein bisschen weiter. Leider. Das passiert, wenn die Aufnahme verreckt. Gut. Was war jetzt mal hier? Da soll ich hin, aber... Da hinten ist ja noch was. Und deswegen... Ach ja, da war ja auch noch was. Das machen wir jetzt fast nicht. Ja, wo bist du denn her? Weg. Dankeschön. Ich glaube, ich habe nicht eigentlich noch viel verpasst. Ich habe wieder nur dick und dämlich rumgesucht. Komm, komm. Oh, nicht noch einer. Nein, 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 nein. Okay, mit meinem eigenen Arme schlagen, das kriegst du zurück. Oh, nie, nein, 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 nein. Oh. Oh, nur die Zeuf. Oh, nur die. Oh, nur die. Wow, 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 wow. Ey, lauf mir nicht immer hinterher. Und von oben. So, wer von euch war das eben? Was? Pusselenk gebrecht. So, Gott. Ich vergesse mal, echt, wo ich hin musste. Ah, Moment, da war ich lang. Genau, den Kleinen suchen. Den Kleinen. Das war da lang, da lang. Genau da lang, da lang. Ja, oh, hier war ich eigentlich gar nicht. Ach, nee, hier muss er irgendwo sein. Ja, da oben war ne Rune. Habt er leider verpasst. Mann. Blöde Aufnahmekarte. Das hab ich kaputt gemacht schon. Zwei Stück hab ich kaputt gemacht. Gut. Ich will dann das Geheimnis haben. Ach, Moment, ich Idiot. Stimmt. Ah. Upp. Da, genau. Hier lang. Wupp. Ach nee, da kam ich ja nicht lang. Stimmt. Ja, das hab ich schon alles aufgedeckt. Okay. Okay, ich bin voll. Ah. Stimmt, das war ja das. Gott, da steckt mich jetzt aber auf, ey. Tapp, tapp. Ähm, wo war das nochmal? Ähm, da lang, da lang, da lang, okay. Ja, hier hab ich auch schon ein bisschen auf dem Grund. Gott, jetzt komm ich wieder durcheinander. Areale sind so groß. Was willst du? Ui. Ach nee, Moment, das war doch so. Ja, genau. Ja, ich hab' gar nicht. Da hoch muss ich. Ich ging das jetzt nochmal. Ähm. Ähm. Oah. Du di blüdo, du ga geh ihm das. Bro. Top. So, genau, da lang. Hier lang. Das ist ein schlechtes Ding. Ehh... No! Mal, 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 mal. Ich hab ein paar Hände geholfen. Typ! Ehh... Moment. Da unten. Ah, lebe. Genau. Wicht. Yep. Genau. Was? Bitch! Du denn? Wie war nochmal ein Auftrag? Führer 2000 Nimm bitte Klar Warum auch nicht? Die sind ja voll easy die Jungs Ehh Hä? Darf gehe ich runter? Ah Nella Ey Kleiner, ich bin da Süß Geht ihr auf? War ja klar Natürlich geht die nicht auf So Das haben wir gesammelt Was ist denn hier? Was? Ja Was haben wir denn hier? Oh mein Schnucki Okay Jetzt wird's hässlich So, wo muss ich jetzt nochmal lang? Aus Heilung Ah Ah Mann normal Ähh Da war das, da war das, da war das Den dahinten kam ich ja nicht ran Ah Die Richtung Die Richtung Rückwärts, da lang So und hier ist die letzte Energiezelle Die Zelle Achtung, Energiekontamination hat kritische Grenze erreicht Okay Okay Okay, ich hab drei Stück Schüsse durchdringen Ziele Entfernt die Aufladezeit eines Explosivschüsses So So viele gute Sachen Okay, jetzt machen wir aber noch das hier, oder? Ne Das hier noch was Ja Oh Ähm Moment Der hat doch noch was Immer noch nicht Was? Bist du? Ach du heilige Mutter Oh la 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 Boah, ist die alte Hänschen Oh 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 ho 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 думаю Ja! Haha! Nix gegen mich, Jungs! So geht das! Wollen wir jetzt noch zum Sammern? Okay! Wir haben diese Technik Jahrzehnte perfektioniert und verkauft. Die Höllenenergie ist dank unserer Wissenschaft nutzbar, unsicher. Und wir haben eine Energiekrise gelöst, für die es keine Antworten gab. Es funktioniert. Du darfst das nicht tun. Wer sagt das? Ich bin der Höllenmarit, ich darf alles. Machen wir zum Fuck, soll ich jetzt hin? Wo erstmal... Ich darf jetzt durch die ganze Hölle da... Ach du... Pick die Hände. Ja, stimmt ja, ich habe aber was Neues. Verlanger die Benunmheit vom Dämonen. Na, ich bleibe erstmal bei dem. Ja. 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 Ja.